Komm her, mein Freund, es kann nicht sein, dass der mit mir in einem Pool steht, oder? In einer Liga spielt! Das machen wir schon! Und du hast es gesagt, oder? Ja, jetzt! Hier, jetzt! Ich bin versprochen, ich helfe ihm... Respekt für ihn, keine Frage, habe ich immer gesagt. Ich war schon besser in Form, aber... Ja, ich auch, ich war schon besser in Form. Ich war schon wieder hervor. Aber ich schöne immer nicht dafür. Du hast gesagt, du hilfst mir mit dem Bauch weg. Ich brauche nicht solche Mucke wie du, aber... Den Bauch will ich. Wollen wir schon. Weißt du, was du brauchst? Einen schönen Chirurgen? Nein, ich brauche eine gescheite alte, die mit drei Mal anreiten am Tag. Schau dir mal das an! Schau dir mal den Körper an! Oh, ein Mann an den Körper! Da gehst du aber nicht mit uns ins Wasser, oder? Chanson d'amour! Da sagst du die ESPN los! Du gehst doch noch ein bisschen weg, weil da die riesengroße... A Grisle... A Grisle... A Grisle Fresh um drei Euro! A Grisle? A Grisle Chiang! Vielen Dank.